WDR mediagroup GmbH 2020 GmbH 2020 WDR mediagroup GmbH 2020 Marco Reisow erhöht für den Postesvorstander auf 2 zu 0 Hallo Scheiße mal Mach es ruhig Das gute Mal Hey Marco Schießt, schießt, schießt! 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 Die Kenner sind da! Fußballanalyse. Puschen! Los, Jungs! Jawohl, Paul! Jawohl, Paul! Jetzt kommt Fuch nicht auf den Ball und mitmache! Alleine! Jawohl! Ja! 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 Mit der Nummer 7 erholt Markus Werle auf 3 zu 1 für die Postgescheidung Steiner. Ja! Alles gut! Ja! 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 Was ist das? Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Bravo! Bravo! Ja, ja! Ja, Mann! Was, was, was? Ja, Mann! Drei! Kom, Lennart! Oh! 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 Yeah! Ah! Applaus So, nochmal einen großen Applaus für den Spiegelmeister Pettner in Mischelhausen für ein Superfinale. Vielen, vielen Dank. Wir will Glück wünschen den Sieger der A-Junioren, den Kost-SV, Stendhal. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch dem Kost-SV, Stendhal. Herzlichen Glückwunsch.